Hallo, grüß euch. Im folgenden Video geht es um die Layoutierung im ArcGIS. Es ist jetzt nicht wirklich speziell auf eine Aufgabe bezogen. Ich nehme als Beispiel einfach die Aufgabe 2 der Einführung in GIS, aber das ist natürlich generell anzuwenden. Die Geodaten, die ich da habe, könnt ihr eigentlich auch ignorieren, das ist nur beispielhaft. Gut, also normalerweise, das wäre quasi die normale Ansicht, die man gewohnt ist, wenn man arbeitet in GIS. Links ist ein Table of Contents und man ist in der Datenansicht. Das heißt, es gibt grundsätzlich eben zwei Ansichten, die Datenansicht und die Layout-Ansicht und die sind grundsätzlich am schnellsten hier unten umzuschalten mit diesen kleinen Knöpfen. Der linke ist jetzt gerade aktiv, das heißt Datenansicht und der rechte wäre eben das Wechseln in die Layout-Ansicht und da klickt man einfach drauf und dann kommt man sofort ins Layout. Man sieht, da automatisch ist so eine A4-Seite eingestellt. Man kriegt eine neue Menüleiste hier für Layout und genau, ich werde die da jetzt mal oben da hinschieben. Wenn die nicht da ist und ihr sucht sie, wie immer diese ganzen Toolbars, wenn man da einfach im Grauen irgendwo rechts klickt, dann gibt es da diese Reihe von Befehlen und dann sucht man sich halt einfach in unserem Fall Layout. Gut, das erste was ich mache, wenn ich ein Layout mache, dann weiß ich ja normalerweise welche Seitengröße ich haben mag und die kann man ganz einfach umstellen. Also ich habe jetzt da A4-Hochformat wahrscheinlich und wenn ich das ändern mag, am schnellsten klicke ich einfach hier irgendwo im Weißen mit Rechtsklick hin und gehe auf Page & Print Setup. Und da kommt eben da das Ding. Ah, ich habe ein US-Format eingestellt gehabt, das mag ich eh nicht. Also Letter brauchen wir nicht, wir wollen metrische sinnvolle Formate. Ich sage dir jetzt auch mal A3 und dann kann ich hier Hoch- oder Querformat einstellen. Landscape ist Querformat. Genau und den Rest lasse ich, also das Hackerl lasse ich auch aktiv. Man kann das da quasi noch mal individuell ändern, aber im Gescheitern ist ja, stellst hier einfach mal die Papiergröße ein und dann lasst du es da angehackt und dann sagen wir ok. Und man sieht sofort, es ändert die Papiergröße entsprechend. Und dann ist gleich mal was zu beachten. Wir haben dann hier, automatisch hat er uns das gefüllt mit einer Datenansicht sozusagen, also unseren Geodaten, wie wir sie in der anderen Ansicht hatten. Und dieser Rahmen da rum herum, das ist Teil von dieser Ansicht. Also das ist, das ist schon mal ein Fehler, der gern passiert, dass die Leute dann glauben, okay ich nehme diesen Rahmen so als Rahmen für alles und dann davor schmeiße ich quasi noch den Text und so weiter. Das ist eigentlich falsch. Also wenn ein Rahmen um die ganze Layoutierung wollt, macht man das anders. Das ist jetzt eher so, das ist wirklich nur eine Ansicht. Eine Ansicht, und da kann man mehrere haben, das ist jetzt die Ansicht von allen Daten, die in diesem Stapel Layers sind. Und diesen Stapel, das ist so ein Stapel, das nennt man DataFrame. Und pro DataFrame gibt es in meinem Layout eine entsprechende Ansicht. Man kann eben auch mehrere haben, aber dazu später mehr. Und wichtig ist auch der Zusammenhang mit der Darstellung. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder in meine Datenansicht wechsle, in die DataView und ich zoome einfach mal hier rein zu diesen paar Bäumen und ich gehe wieder in mein Layout. Ihr seht, innerhalb meines Rahmens, der da automatisch passiert ist, wurde die Ansicht jetzt entsprechend geändert. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Bild zum Beispiel da drin verschieben will, kann ich meine gewohnten Werkzeuge, die kennt sie ja eh, da oben, also die Werkzeuge in der Leiste hier betreffen, die Datenansicht, die kann ich da auch verwenden. Zum Beispiel mit dem Pan-Werkzeug könnte ich mich jetzt da herum bewegen, quasi das ändern, was ich sehe. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Layout herumschieben will, sozusagen, dafür sind eben die Layout-Werkzeuge da. Die entsprechen dem mehr oder weniger, aber das Handwerkzeug hier mit den Layout-Werkzeugen bewegt dann mein ganzes Layout. Ähnlich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie reingezoompt bin im Layout und ich möchte das ganze Layout sehen, klickt es nicht auf die Erde, sondern zum Beispiel hier auf Zoom-Hole-Page. Dann sehe ich wieder das ganze Layout. Weil wenn ich auf die Erde klicke, was glaubt es passiert? Er macht das. In meiner Ansicht der Daten, dieser speziellen Daten, zoomt er mir das wieder in die Mitte. Also so viel mal dazu. Ich wechsle dann gerne mal auf den schwarzen Pfeil zurück. Also das ist ein Element meines Layouts sozusagen, diese eine Ansicht. Also Herangehensweise ist die, man überlegt sich, wie das Layout aussehen soll, wo in diesem Layout meine Ansicht hier sein soll. Dann passe ich mir das an sozusagen und dann überlege ich mir halt, eigentlich im besten Forschung, ja mag ich das jetzt in einer gewissen Größe haben? Welchen Ausschnitt mag ich haben? Man kann eben mit den Zoom-Werkzeugen da zum Beispiel auch wieder reinzoomen und so weiter. Ich kann fix hier oben einen Maßstab einstellen. Ich kann sagen, okay, ich hätte gerne einen Zehntausender-Maßstab. Dann macht er das. Man sieht dann, okay, dann muss ich meinen Rahmen entsprechend ein bisschen größer machen. Also so kann man quasi vorgehen. Genau, also so viel mal dazu. Also der Zusammenhang ist wichtig. Das heißt aber auch eben, wenn euch zum Beispiel passiert, ihr seid in der Datenansicht und fahrt sich wieder da zur Seite, dass man quasi da nichts sieht, dann sieht man im Layout auch nichts. Also wenn sowas passiert, dann schaut es dann halt wieder zurück zu den Daten, geht es zum Beispiel auf das Arbeitgebiet, sagt es Rechtsklick Zoom to Layer und da sieht man wieder alles. Genau. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die Ansicht anzupassen, aber für das Grobe reicht das mal. Gut, und was brauchen wir jetzt noch? Was braucht es für ein Layout? Wir brauchen einen Titel, wir brauchen eine Maßstabschleiste und so weiter. Und gewisse Sachen, die kann man relativ interaktiv einfügen. Also wenn man im Layout ist, über Insert, kann man da eine Reihe von Sachen, eben wie Legende, Neupfile, Maßstabschleiste und so weiter einfügen. Und die sind dann quasi mit dem aktuellen DataFrame, in dem Fall ist es unser Layers DataFrame, sind die dann verknüpft sozusagen. Einfachstes Beispiel wäre die Maßstabschleiste Scalebar. Ich klicke da mal drauf. Ihr seht, da gibt es einen Haufen Vorgefertigte. Wenn wir ein bisschen runterscrollt, kommen wir zu den Metrischen. Ich nehme jetzt einfach irgendwas. Die mit Kilometer sozusagen. Ich sage OK und bam, wir haben hier eine Maßstabschleiste. Was wir gleich mal beobachten können, wenn wir jetzt wieder herumzoomen würden, wenn ich das zum Beispiel kleiner mache, meiner Ansicht. Ihr seht, netterweise passt sich das automatisch an. Das ist ja eben unter anderem der Sinn von GIS, dass der unsere Kartengestaltung einfacher macht. Also wir müssen nicht per Handling die das rausmessen. Also das ist zum Beispiel sehr praktisch. Und wenn man da jetzt in der Leiste, also das sieht jetzt noch nicht so schön aus mit diesen Einheitssprüngen und so. Und eigentlich wollen wir eine deutsche Karte, keine englische. Wenn ich da irgendwas drin ändern will und bei fast allen Karten-Elementen geht das eigentlich ziemlich gut. Man kann immer drauf rechts klicken und in die Properties gehen. Oder halt doppelklicken, ist das Gleiche. Und in den Properties, in den Eigenschaften gibt es dann eigentlich alles zum Einstellen. Also ich mache jetzt nicht viel Zeit verschwenden damit, aber ihr seht, man kann grundsätzlich mal die Einheiten ändern. Man kann den Label Text ändern. Man kann die Anzahl der Sprünge hier dazwischen ändern. Und dann geht es da noch viel, viel mehr ins Detail. Also da müsst ihr euch einfach spielen. Da probiert es einfach aus. Man kann so gut wie alles im GIS irgendwie einstellen. Es ist manchmal nicht so leicht zu finden, das stimmt. Aber es ist alles irgendwo da drin versteckt. Genau. Das geht zum Beispiel so. Was auch eigentlich jedes Kartenelement kann, ist einen Rahmen machen. Ihr seht, wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte jetzt nicht gern diesen schwarzen Rahmen um meine Ansicht, dann gehe ich auch eben in die Properties. Und ich glaube jedes Kartenelement hat irgendwo diesen Reiter Frame. Und da unter Border ist eben das eingestellt. Und da kann ich einfach sagen, ich klicke einfach mal drauf und sage None. Und dann okay. Und ihr seht, dann hat das keinen Rand mehr. Ich kann aber eben im Gegenzug auch alles, was ich mag, kann ich allem einen Rand geben, sozusagen. Gut. Gleich funktioniert es auch mit einer Legende. Wenn ich sage Insert Legend, dann übernimmt er jetzt automatisch, also wir sehen hier links, habe ich dann zum Beispiel, habe ich jetzt alle meine Layers. Also alle Sachen, die ich sehe, oder die ich habe in meinem Data Frame, stehen zur Verfügung. Und automatisch schmeißt er mir alle rein, die gerade sichtbar sind. Da kann man gleich mal aussortieren und ein paar Sachen rausschmeißen. Autofoto brauche ich wahrscheinlich keine Legende dazu. Den Rest lasse ich jetzt mal drinnen. Dann sagen wir weiter. Und Titel, können wir ändern auf Legende. Und den Rest könnt ihr jetzt einfach mal ignorieren. Weil das kann man im Nachhinein eh noch anpassen. Aber nur damit ihr mal seht, wie es funktioniert. Ihr seht es, er macht dann automatisch gleich eine Legende. Das ist eh nicht so schwer. Zu den Details der Legende gibt es ein eigenes Video. Da mag ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber gleiches Spiel. Es ist eigentlich immer das gleiche Konzept. Unter den Eigenschaften, Properties, gibt es alles zum Ändern sozusagen. Also ihr kennt alles im Nachhinein ändern. Was drinnen dargestellt ist, wie sie dargestellt sind, die Sachen. Die Größen. Ob es einen Rand hat und so. Nochmal die Größen von den ganzen Dingen. Also das ist alles immer sehr praktisch. Und hängen dem zusammen. Das wisst ihr eh. Nehmen wir an, ihr ändert jetzt irgendwas. Zum Beispiel die Hauptstraßenfarbe mache ich jetzt auf Rot. Das Nette ist, er übernimmt mir dann das in die Legende. Das ist der Sinn von so einem GIS-Programm unter anderem. Gut. Also jetzt soviel dazu. Ein paar Sachen gibt es hier noch, die vielleicht interessant sein könnten. Ähm. Man kann einen Titel einfügen. Das gleiche Ergebnis ist er für unsere Zwecke. Geht aber auch über einen normalen Text. Ähm. Niedlein wäre vielleicht noch interessant. Da kann man, ich sage immer okay, das kann man dann noch ändern und anpassen. Das ist quasi sowas eben, was ich vorher erwähnt habe. Da kann man so einen schönen Rand um seine ganze Karte machen. Ähm. Hat eher optische Zwecke. Gibt es noch irgendwas? Ja. Nordteil ist eh klar. Kann man sich einen hübsch nachsuchen und reinschmeißen. Der zeigt jetzt immer nach oben, wer in Norden immer oben ist bei den Karten. Theoretisch macht er das auch automatisch, wenn jetzt Norden woanders wäre, dass er sich mitdreht. Äh. Ähm. Kurz noch, was wichtig ist, ähm, zu Text und solchen Geschichten. Ähm. Ich schmeiße mal den Titel rein. Da kann man jetzt eben den Titel eingeben. Das ist dann, der Vorteil von Titel ist, es wäre verknüpft mit den Dokumenteigenschaften und so. Ähm. Muss man aber nicht unbedingt so machen. Wichtig ist noch das Thema Text für euch. Ähm. Wenn ich jetzt so einen normalen Text einfüge in Subtext. Ihr seht, dass da kommt irgendwo so ein kleines Textding, wird da hingeschmissen. Und es ist eher unangenehm zu bearbeiten. Also, das hat so eine fixe Größe, man kann da keine, die Größe nicht ändern. Und wenn man den Text ändern will, das ist immer so leider im Layout, muss ich doppelklicken. Und dann kann ich da reinschreiben. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte gerne Kastl in einer gewissen Größe und da kommt der Text rein. Ähm. Deswegen zeige ich euch gleich ein besseres Textwerkzeug. Das ist so ein Standard-Tipp. Äh. Es gibt generell eine Werkzeugleiste, die man aktivieren kann. Ähm. Die heißt Draw. Ich aktiviere das mal. Ähm. Und hier gibt es eben auch das Textwerkzeug. Und hier gibt es den Vorteil, wenn ich auf den Pfeil daneben klicke, kann ich sagen, ich will gewisse Formen erzeugen und vor allem ist der interessante Rectangle Text. Und dann, wenn ich da draufklicke, kann ich eben ein Rechteck aufziehen. Und wenn ich hier dann, keine Ahnung, irgendeinen Text habe, ich kopiere das jetzt einfach mal ganz oft, dann macht er die Umbrüche entsprechend von meinem Rechteck. Das ist ein bisschen angenehmer zu bearbeiten. Ähnliches Spiel wie vorher, wenn ich irgendwas da ändern will im Format, eben Rechtsgegeigenschaften oder einfach Doppelklick. Ähm. Wir haben die gleichen Möglichkeiten wie vorher. Wir können wieder einen Rahmen haben oder nicht. Ähm. Und wenn man die Schriftart und die Größe ändern will, das geht hier unten, indem man auf Change Symbol klickt. Ja. Es ist eben ein bisschen unangenehm oft oder ein bisschen versteckt alles in GIS. Aber es ist alles möglich sozusagen. Das ist die Message. Ähm. Gut. Also das waren eigentlich die wichtigsten Sachen zu diesen Karten-Elementen. Was alles drauf gehört, habt ihr eh in euren Unterlagen von den Lehrenden. Jetzt ist es noch interessant, wenn ich eine Übersichtskarte machen möchte. Wie geht das? Ähm. Ich gehe jetzt nochmal in die Datenansicht zurück und füge etwas ein, normal über Add Data. Also hier habt ihr in euren Geodaten so eine Übersicht. Da gibt es einen Ordner mit, irgendwo mit Übersichtskarte. Und da gibt es eben zum Beispiel die Bundesländer. Es ist quasi ganz Österreich mit den Bundesländern. Wenn ich das einfüge, ich habe das jetzt in meiner Liste, sehe ich jetzt nichts. Wenn ich dann jetzt mal auf die Erde klicke, sehe ich, ah, wir haben jetzt da ganz Österreich. Aber natürlich ist die Größe entsprechend im Verhältnis. Das heißt, mein Arbeitsgebiet ist hier unten irgendwo. Und Österreich ist viel größer. Ähm. Wie schaffe ich das jetzt? Das jetzt, das schaut eben dann auch so aus, dass ich das nebeneinander habe. Ähm. Das geht eben über einen neuen DataFrame. Also ich mache ein zweites von diesen DataFrames. Also ich schmeiße jetzt da nochmal die Bundesländer raus. Gehe da wieder, dass das wieder schön groß ist. Ähm. Ähm. Und jetzt mache ich mir einen neuen DataFrame. Das geht auch über Insert hier oben. Da gibt es eben ein DataFrame. Man kennt sehr am Symbol, dass das das gleiche ist. Und was passiert jetzt? Er hat mir einen neuen DataFrame erzeugt. Eh klar. Und ein neues Castle, wie vorher beschrieben. Das ist jetzt so ein Castle wie unser erstes Castle. Ähm. Und da gleich mal was zum Grundverständnis sehr wichtig. Ähm. Es kann immer nur ein DataFrame aktiv sein. Also wir haben ja hier im Layout. Ist klar, da können wir zwei nebeneinander haben. Oder ganz viele nebeneinander haben. Aber was ist in meiner Datenansicht? Das sehe ich ja immer nur vom aktuellen DataFrame eben die Daten. Weil er kann ja nicht zwei verschiedene Maßstäbe gleichzeitig darstellen. Also das spießt sich einfach. Das heißt, wenn ich hier meine Datenansicht gehe. Zeigt er mir immer nur den aktiven DataFrame an. Jetzt ist es leer, weil das quasi jetzt gerade der neue DataFrame ist. Der hat noch keine Daten drinnen. Ähm. Und. Ja. Wie sehen wir, welcher aktiv ist? Hier links sehen wir es daran, welcher halt fettgeschrieben ist. Also wir sehen jetzt, der new DataFrame ist fettgeschrieben. Das heißt, der ist aktiv. Der andere nicht. Wie mache ich den aktiv oder nicht aktiv? Man kann zum Beispiel einfach rechts klicken drauf. Ähm. Und hier gibt es eben Activate. Ich klicke auf aktiv. Und ihr seht, jetzt sind wir in dem anderen. In dem ersten DataFrame und wir sehen wieder unsere Daten. Ähm. Es geht auch, ist auch erkennlich durch diese strichlierte Linie, die ihr hier seht. Also der aktive DataFrame wird so ein bisschen umrandet. Diese strichlierte Linie sieht man dann nicht im Druck. Sondern die ist jetzt nur für uns zum Arbeiten. Und wenn ich auf einen DataFrame einfach einmal draufklicke, wird er auch ebenfalls aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt auf den neuen einmal klicke. Ihr seht, der hat jetzt auch diesen Rand. Plus er ist hier links fettgeschrieben. Also so kann man das wechseln, welcher aktiv ist. Ja. Indem man im Layout draufklickt oder indem man hier links rechts klickt und aktiviert sagt. Und das ist wichtig. Warum? Weil alle Werkzeuge, die hier Daten jetzt betreffen, beziehen sich immer auf den aktiven DataFrame. Ähm. Das ist ganz logisch in der Datenansicht. Aber im Layout ist es nicht ganz so logisch. Aber ich zeige es einfach mal vor. Ich bin jetzt in meinen neuen DataFrame und da schmeiße ich jetzt nochmal die Bundesländer rein. Äh. Macht er sehr automatisch vollbildmäßig. Und wenn ich jetzt wieder in die Layout-Ansicht gehe, sehe ich jetzt was passiert ist. Wir haben jetzt da unsere Übersicht drinnen. Und genau das wollen wir ja. Und jetzt aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal Insert sage und eine Maßstab-Slicer reinschmeiße. Und jetzt ist aber der neue DataFrame aktiv, der ja in einem komplett anderen Maßstab ist. Dann checkt er es. Das ist netterweise. Also das geht es ja. Ich mache jetzt wieder eine rein. Und ihr seht, da haben wir jetzt plötzlich über 400 Kilometer. Also die Größe halt entsprechend unserer Ansicht hier. Ähm. Und gleiches passiert, wenn ich eine Legende einfüge. Ihr seht, das bezieht sich auf den DataFrame, der gerade aktiv ist. Also das ist wichtig. Ähm. Es kann zum Beispiel passieren, dass jetzt, nehmen wir an, ihr löscht jetzt eure Maßstab-Leisten weg und, ah, jetzt kommt es drauf, ihr wollt wieder eine einfügen. Denkt einfach kurz darüber nach, welcher DataFrame gerade aktiv ist. Weil wenn ich jetzt eine Maßstab-Leiste für meine Hauptansicht gerne hätte, aber ich habe unabsichtlich die Übersichtskarte aktiv, dann stimmt natürlich der Maßstab nicht zusammen. Also, das behirnen. Das heißt, einmal kurz da drauf klicken, damit die richtige Ansicht aktiv ist. Und dann kann ich wieder sagen, Insert Maßstab-Leiste. Und ich schmeiße mir eben wieder eine Maßstab-Leiste rein. Und dann passt das halt zusammen. Also das ist zu beachten, dass die Daten, die über Insert, also die mit verknüpft sind, dass die sich immer auf den aktiven DataFrame beziehen. Ähm. Gut. Was können wir dann noch machen? Wenn ich jetzt meinen Ausschnitt zeigen will, wo das liegt in Österreich, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich zeige euch nur kurz die einfachste. Ich zeige euch nur kurz die einfachste. Ich kann einfach mein Arbeitsgebiet auch in diesen neuen DataFrame geben. Entweder indem ich ihn nochmal hinzufüge über Add Data oder, das ist auch sehr praktisch, ich kann Sachen einfach reinziehen in DataFrames, also innerhalb von DataFrames. Also das Arbeitsgebiet kann ich jetzt einfach nehmen. Mit gedrückter Maustaste ziehe ich es hier runter. Und dann ist es hier auch drinnen. Man sieht jetzt nicht viel davon, weil es so klein ist. Aber es ist da. Und da ist der Vorteil, es nimmt die Formatierung mit. Also die Farbdarstellungen werden übernommen. Ähm. Und da könnte ich jetzt hier zum Beispiel einfach das Rot machen und übertrieben Fett. Dann habe ich was, was ausschaut für Punkt, wo sozusagen mein Projektgebiet ist. Wäre eine Möglichkeit. Gibt andere Möglichkeiten auch. Ähm. Ja. Das war es mal zu den Basics. Das Video soll jetzt nicht zu lang werden, deswegen höre ich damit jetzt auf. Noch kurz zu Sachen, die man aus Excel rein kopiert. Also ihr könnt ja, ihr müsst ja in Excel Tabellen machen und Diagramme und so. Und die kann man entweder einfach rein kopieren. Manchmal hat das aber im Druck oder im PDF Verstellen dann ein bisschen Probleme mit der Darstellung. Wenn das passiert, macht es einfach einen Screenshot von dem Excel Ding. Also man kann im Excel ein Diagramm auch auswählen und sagen, kopieren als Grafik. Das kannst du probieren. Wenn das auch nicht geht, dann mit dem Snipping Tool oder so. Macht halt einen Screenshot davon. Möglichst großen Screenshot, damit es eine gute Auflösung hat. Und dann sollte das gehen. Und jetzt noch kurz zum PDF erstellen. Bei den meisten GIS-Versionen sollte es eh funktionieren, so wie es eigentlich von ArcGIS vorgesehen ist. Man geht einfach, wenn man im Layout ist, auf File und sagt Export Map. Das ist so, wie es gedacht ist. Dann kriegt man einen ganz normalen Speicherdialogfeld. Und keine Ahnung. Ich schmeiße das jetzt einmal unter meine GIS-Aufgaben. Und dann kann man eben das Dateiformat PDF auswählen. Wichtig ist, stellst du eine vernünftige Auflesung ein. Für Druck 300 dpi macht Sinn. Also das ist ja automatisch gut eingestellt. Und dann sagt man einfach Save und dann wird gespeichert. Wenn ihr da Probleme habt, gibt es einen alternativen Weg. Also macht es so, aber nur wenn es Probleme gibt. Also im PDF müsst ihr sowieso kontrollieren, ob es so ausschaut, wie ihr wollt. Also bei Problemen. Alternative wäre über einen PDF-Drucker. Also ihr kennt das vielleicht eh. Man geht auf Drucken. Also ganz normal Print. Und dann gibt es eben Software, die tut so, als wäre es ein Drucker. Aber in Wirklichkeit erzeugt es PDF. Ich verwende das nicht so oft. Also automatisch gibt es da was scheinbar von Microsoft. Microsoft Print to PDF. Eine gratis Software wäre Du PDF. Das gibt es auch auf Toboco. Also Du, D-O, Du PDF. Das kann man installieren. Und das tut quasi einfach so, als wäre es ein Gerätdrucker. In Wirklichkeit kommt dann aber ein Dialog, der dich fragt, wo du das PDF hinspeichern willst. Also das wäre der Workaround, wenn es mit dem Export-Map Probleme gibt. Dass man halt so einen PDF-Drucker verwendet. Genau. Also das wären glaube ich die Basics zur Layoutierung. Und ja, wie gesagt, es gibt auch vor allem zur Legende schon ein Video. Und sonst probiert es einfach aus. Also es ist alles irgendwo versteckt in diesen Kontextmenüs. Also unter Properties kann man sehr viel machen. Man kann auch Hilfslinien machen und so. Also probiert es einfach aus. Bei einfachen Fragen googelt es auch mal. Und ihr werdet es schon schaffen. Gut. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.